ja was geht ab da sind wir angekommen in part 9 sind wir angekommen ja part 9 ich hab mir gedacht ich hab auch auf dem onyx video wir behauen noch mal ein onyx video hinterher anstatt ein tiger was video muss ich mal gucken wollen wir tiger was wieder machen habt ihr gesehen wer das letzte video nicht gesehen hat schaut nach da haben wir auf jeden fall den azral run gemacht deswegen haben wir jetzt hier die titanis am start ja dann haben wir uns gedacht kommen haben auf dem markt mal ein bisschen nachgeguckt ich glaube da waren sie in dem zeitpunkt noch blank 50 60 ja sagen wir 50 bis 80 kaka wert und boniert halt schon so ab 51 plus dann haben wir gedacht kommen rentiert sich und dann switchen wir einfach mal hier kam ag u6 teufel drauf das ist noch ein paar andere bonis ja und da hatten wir noch ein paar sachen über vom fischer event haben uns gedacht kommt nimmst das weiter der boni ist es jetzt dann geklappt hat er die befreundung fünften boni drauf gemacht ja und dann haben wir das auch geswitcht dann haben wir 20 teufel drauf hätte man theoretisch probieren können zu verkaufen wenn manche leute ja schon auch gewandt jetzt haben aber zum leveln 20 teufel der blocken drauf gewesen dazu natürlich aber so kommt es wird schon aber weiter wenn ag u drauf kommt kriegst du natürlich mehr erst mal für da kam hier zwölf decks zehn teufel zehn untote hätte man auch lassen können eigentlich verwelten muss je nachdem aber auch gedacht kommen einfach weiter drehen wie spitz auf eine fische werden dann kann mir als letztes acht stärke acht decks sind tiere zehn teufel zehn untote doch ganz perfekt von welten was benutzen muss alle drei elemente für also gegen für den welten boss also passt das stärke decks keine ahnung wer darauf basiert ist stärke nicht so gut lukana auch nicht keine ahnung ob wir anders auf jeden fall ja dann haben wir noch ein paar dunkeleitzonen aufgemacht habt ihr hier gesehen und dann haben wir uns dazu entschieden doch unser nemmere das ich hatte ja mal aus dem item shop diese pet küs kisten kaufen das nemmere war tatsächlich per typ 6 zwar nur zwei skills aber besser als jetzt da jungen auszugeben und rumzusuchen für den anfang reicht das aus kann man da irgendwas da rein machen ist ja nicht so teuer und das leveln geht ist in ordnung kann man mal machen und dann schauen wir einfach mal die die tage beziehungsweise die wochen was wir dann machen dann noch mal ein paar rüssiges gehabt haben nicht geklappt dann war tatsächlich erfolgreich auf 90 mal mehr truhen diesmal gefahren seht ihr selber wie viel wir insgesamt hatten auf jeden fall 20 plus ich weiß gar nicht ob es 30 sogar waren dunkeleitz truhen natürlich wir wollen zwaggis haben entweder um zu appen zum selbst benutzen oder zum verkaufen das entscheiden wir dann immer spontan weil der mensch den ich jetzt gerade habe reicht aus ja dann noch ein paar fischer truhen fischer erlebnis seht ihr hier selber habe ich dann kurz rein geblendet hier seht ihr was rauskam wie viele switcher adder exos experience 60 km h pots b pots und so weiter ja dann haben wir noch mal sieben russis an der zahl gehabt zwei lykana russi hier eine plus 8 gegangen und noch mal fünf schwarze kleidung für den lieben kotz einfach drauf gehauen wieder auf dem dorf schmied hat nicht geklappt die leute sich immer noch wundern ich werde es noch mal jetzt erwähnen damit die leute sich nicht wundern es gab zu dem zeitpunkt noch kein russisch schmied also gildenschmied gab es da noch nicht und dann haben wir hier mal diesmal schmiede geholt und draufgepackt ich glaube es nicht es hat endlich mal geklappt somit haben wir eine lykana russi plus 9 somit müssen wir die wenigstens nicht mehr ab ja haben wir dann bonniert gehabt nächsten tag und dann habe ich mir gedacht komm haus für die vier b-switcher die du hast drauf 10 wind hätte mir gereicht von anfang alleine wegen den grund def und halte gut magie def ich weiß nicht könnte sein dass die im normalen welt auch bisschen aktiv ist also dass da magie def brauchst ja kam nichts gutes drauf und so wie es will habe ich mir da kommen holst du mal switcher probierst du mal zu drehen dann ja crap 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 hier auch crap und der letzte kam leider auch crap drauf so als ob ich mit b-switchern geswitcht hätte dann noch mal geholt dann kam hier 15 wind heißt crap ja nächste auch b 10 tpa 10 mpa dann 1 ktp auch crap 15 einhand hier kam dann auch crap drauf und dann war ich unzufrieden dann komm holste dann kam hier 10 feuer drauf und dann hier 1 ktp 10 blitz 10 feuer 15 wind die russi ziehe ich nicht wieder aus für alles jetzt halten so ein ding ist das ja da hat man noch zwei switcher und dann hier tatsächlich 10 feuer ich weiß nicht warum ich es weggeswitcht habe hätten wir eigentlich lassen können ja dann 20 kam halt b drauf aber da hatten wir noch einen anderen fokus und da waren wir ja gut wir waren schon level 100 aber shambi war noch nicht level 100 so in der hinsicht wenn man das so sieht ja und dann mal ebis habe ich schon mal eingeschritten 8er trice sogar drei stück auf plus 8 geklappt das letzte paar hat leider nicht geklappt direkt 9er hinterher da seht ihr es gibt es gibt tatsächlich einen juve schmied sonst gab es da noch nicht an dem zeitpunkt heute gibt es ja schon ein bisschen noch zurück wie man so will alle drei ebis auf plus 9 kaputt beste leben hat die aas gekauft erste plus 7 hat geklappt zweite hat leider nicht geklappt die dritte dritte paar hat auch nicht geklappt vierte paar und hat geklappt die habe ich tatsächlich in laden gestellt weil ich abgefuckt war glaube ich weil die auch für 55k oder 45k weg ging die sind auch tatsächlich weggegangen deswegen haben wir sie verkauft ich habe danach gar nicht gar nicht mehr daran gedacht an die htas sonst hätte ich wohl hätte sie wahrscheinlich gehabt ist ehrlich wie es ist aber dann waren sie halt weg ja dunklen strun und jetzt dann haben wir ein bisschen hier ketten glieder und gold schnell gefarmt plus drei smarte gekauft und versucht massmark doring herzustellen das erste mal wer hätte das gedacht wir haben tatsächlich geklappt bevor es war erst mal habe ich dich so hergestellt ja sehr geil zu dem zeitpunkt plus null weiß ich gar nicht was die wert waren aber ich habe mir gedacht kommen wir noch ein bisschen lang über da holen wir das drauf wenn die dinger plus 8 sind entweder behalten wir sie oder verkaufen sie wie gesagt ja bisher rumgestruggelt mit den dingen seht ihr selber die der nächste siebener try wie viel hatten wir als 1 2 3 4 4 3 hier kommt der fünfte try müsste fünfte sein auch fail er hat weiße perle so um die 11k kraft wird 10k gekostet glaube ich dann wieder fail wir sind 1 2 3 4 5 6 mal siebte hat dann geklappt natürlich dann drachensäge brauchst kein schmied der drachensäge geht auch auf plus 8 auf plus 8 getriert und hat leider nicht geklappt ja noch mal auf plus 7 hat direkt wieder auf plus 7 geklappt sehr schön dann noch mal auf 8 blaue perle besorgt und auch nicht geklappt dann hatten wir hier wieder plus 7 fail sogar 7 7 mal 8 mal plus 7 fail und hier hatten wir dann auf plus 7 wieder noch mal blaue perle besorgt und hat geklappt sehr schön sehr schön was ich euch sagen kann das ging das ding haben wir das ich verkaufe sechs circa sechseinhalb von ich glaube 26 oder so müssen es gewesen sein da kommen wir dann noch dazu werdet ihr sehen das bohler ich mal nicht ja da habe ich mir nach komm 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 holst du noch mal paar schwarze heißen die schwarze kleidung ich weiß es gar nicht ich glaube schon für die charme auf jeden fall hatten ein 8 3 also einer der 8 8 1 9 2 sagen wir es so und klappt auch bis 9 natürlich nicht ich weiß nicht nicht so nicht so nicht so gut nicht gut gar nichts so gefühlt besonders mit alt wie uns das zurückgauen hat ja dann noch mal hier titania auf plus 7 probiert einmal hat die angefehlt hat leider nicht geklappt sonst hätten wir noch mal train können dann vom lieben schack um ist es gesehen sein nochmal fünf wasser nixen und dann zum schluss hier seht ihr ja ich habe ein bisschen fehler gemacht hier war die war nämlich plus 8 fail die hat plus 8 geklappt und dann seht ihr jetzt selber ich habe aus den überteuerten billiger russ geholt und ja leute das war's mit dem video ich hoffe ich habe euch hat das kleine video gefallen wenn ja lasst gerne leichter kommi aber auf kassenfrei ist ihr wisst bescheid zumindest auf youtube und im video beschreibung habt ihr meinen twitterkanal und mein hero link wenn ihr einen account erstellt wird mich mega mega freuen über mein hero link ihr unterstützt mich damit kostenlos und twitch gerne follower da lassen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video wieder haut rein euer exo bis zum nächsten video bis zum nächsten video